Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Aufgrund aktueller Ereignisse rund um den österreichischen Politiker Andreas Mölzer zeigt dieser Medienkommentar klar und deutlich auf, in welcher Art die mediale Berichterstattung, in diesem Fall in Österreich, manipulativ und direkt Einfluss auf das Politgeschehen nimmt. Andreas Mölzer, der wegen kritischer Aussagen gegen die EU einer heftigen Medienhetze ausgesetzt war, wir berichteten am 04.04.2014, war als Spitzenkandidat der Freiheitlichen Partei Österreich, kurz FPÖ, vorgesehen. Für seine in diesem Zusammenhang anfechtbaren Formulierungen entschuldigte sich Mölzer. Doch was dann folgte und schlussendlich zum Rücktritt von Andreas Mölzer führte, haben wir für Sie, liebe Zuschauer, in dieser Sendung Schritt für Schritt genau dokumentiert. Am 26.03.2014 wurde von der österreichischen Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch eine Presseaussendung gemacht, welche über die österreichische Presseagentur verbreitet wurde. Darin war zu lesen, in dem 2012 erschienenen Beitrag, den möglicherweise sogar Mölzer selbst verfasst hat, wird in bitteren Tonfall darüber geschrieben, dass die echten Wiener unserer Tage nunmehr so aussehen wie David Alaba und dass nur noch der Blick auf die Altersheime erahnen ließe, was wirkliche Österreicher und echte Wiener dereinst waren. Hier wird also die bloße Vermutung kundgetan, dass Andreas Mölzer möglicherweise diesen Beitrag verfasst habe. An diese Vermutung angeknüpft, schreibt der Sprecher des SOS Mitmensch Alexander Pollack, in derselben Presseaussendung, wir fordern die FPÖ einmal mehr dazu auf, Mölzer umgehend von ihrer Wahlliste zu streichen. Wenige Tage später wurde diese Presseaussendung dann von mehreren österreichischen Tageszeitungen aufgegriffen. Die Tageszeitung der Standard schrieb, Mölzer soll rassistische Texte unter Pseudonym veröffentlicht haben. Oder die Tageszeitung heute, am 01.04.2014, Mölzer soll Alaba Pechrabenschwarz betitelt haben. Und es deutet alles darauf hin, dass Mölzer diesen Schandartikel höchstpersönlich verfasst hat. In diesem Artikel der Tageszeitung heute wird außerdem erwähnt, man könne nicht zweifelsfrei beweisen, dass Mölzer den Artikel über Alaba geschrieben hat. Doch bereits kurze Zeit später war nichts mehr davon zu hören, dass es sich lediglich um Mutmaßungen handelt. Der Bericht auf News.at am 04.04.2014 lautet, dann wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem der blaue Kandidat Österreichs Fußballer des Jahres David Alaba als Pechrabenschwarz bezeichnen ließ und somit rassistisch verunglimpfte. Die anfängliche Vermutung ist somit innert weniger Tage zur festen Aussage Mölzers umgemünzt worden. Und nicht nur das, von allen Seiten wurden Stimmen laut, die den Rücktritt von Mölzer aufgrund genau dieser Nachrede forderten. Nach einer Aussprache mit seinem Parteichef Heinz-Christian Strache wird schließlich am 08.04.2014 der Rücktritt von Andreas Mölzer bekannt gegeben. Was nach wie vor bloße Anschuldigung ist, wird nun als Auslöser zum Rücktritt bezeichnet. Die Tageszeitung Korea schreibt, Attacke auf Alaba kickt Mölzer ins blaue Out, um nur wenige Beispiele zu nennen. Auch von deutschen Medien wurde über diesen Fall berichtet. Jedoch gleich ohne den Zusatz auf Vermutung aufgebaut oder nicht nachgewiesen zu verwenden. So schrieb unter anderem die Berliner Zeitung am 08.04.2014. Bayerns Star Alaba bezeichnet er als Pechraben Schwarz. Einen möglichen Triumph bei der Europawahl vor Augen hat die rechte FPÖ in Österreich ihren Spitzenkandidat wegen fremdenfeindlichen Aussagen ausgetauscht. Schlussendlich war es aber der mediale Druck, der für ihn und seine Partei nicht mehr länger tragbar war und ihn zum Rücktritt bewogen hat. Dieses Vorgehen der nach außen hin als unabhängig angepriesenen Medienlandschaft in Österreich macht deutlich, wie dringend es eine unzensierte Berichterstattung braucht. Wir von Klagemauer TV bedanken uns für all die vielen Zuschriften und freuen uns, Sie auch morgen wieder zu unseren unabhängigen Nachrichten begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017